Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat, und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Du sagst es. Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals, Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihnen aber zum Fest, einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen, Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals, Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen, Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr, Kreuzige ihn! Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein Und gab ihnen Barabbas los Und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, Dass er gekreuzigt werde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, Das ist ins Praetorium, Und riefen die ganze Abteilung zusammen Und zogen ihm einen Purpurmantel an Und flochten eine Dornenkrone Und setzten sie ihm auf Und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt Und spielen ihn an Und fielen auf die Knie und huldigten ihm Und als sie ihn verspottet hatten, Zogen sie ihm den Purpurmantel aus Und zogen ihm seine Kleider an Und sie führten ihn hinaus, Dass sie ihn kreuzigten Und zwangen einen, der vorüberging, Mit Namen Simon von Kyrene, Der vom Feld kam, Den Vater des Alexander und des Rufus, Dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, Das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre in Wein zu trinken, Aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider Und warfen das los, Wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, Als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, Welche Schuld man ihm gab, Nämlich Der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, Einen zu seiner Rechten Und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, Lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe Und sprachen, Ha! Der du den Tempel abbrichst Und baust ihn auf in drei Tagen! Hilf dir nun selber Und steig herab vom Kreuz! Desgleichen verspotteten ihn auch Die hohen Priester untereinander Samt den Schriftgelehrten und sprachen, Er hat anderen geholfen Und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, Der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz, Damit wir sehen und glauben! Und die mit ihm gekreuzigt waren, Schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde Kam eine Finsternis Über das ganze Land Bis zur neunten Stunde Und zu der neunten Stunde Rief Jesus laut Eli! Eli! Lama! Asabtani! Das heißt übersetzt Mein Gott, mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, Als sie das hörten, Sprachen sie Siehe, er ruft den Elia! Da lief einer Und füllte einen Schwamm mit Essig, Steckte ihn auf ein Rohr, Gab ihm zu trinken Und sprach, Halt! Lasst sehen, ob Elia komme Und ihn herabnehme! Aber Jesus schrie laut Und Verschied Und der Vorhang im Tempel Zerriss in zwei Stücke Von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, Der dabei stand, Ihm gegenüber Und sah, dass er so verschied, Sprach, Wahrlich! Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! Und es waren auch Frauen da, Die von Ferne zuschauten, Unter ihnen Maria von Magdala Und Maria, die Mutter Jakobus Des Kleinen Und des Joses Und Salome, Die ihm nachgefolgt waren, Als er in Galiläa war Und ihm gedient hatten Und viele andere Frauen, Die mit ihm hinauf Nach Jerusalem gegangen waren. Und als es schon Abend wurde Und weil Rüsttag war, Das ist der Tag vor dem Sabbat, Kam Josef von Arimathea, Ein angesehener Ratsherr, Der auch auf das Reich Gottes wartete, Der wagte es und ging hinein zu Pilatus Und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, Dass er schon tot sei, Und rief den Hauptmann Und fragte ihn, Ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte Von dem Hauptmann Gab er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein Leinentuch Und nahm ihn ab Und wickelte ihn in das Tuch Und legte ihn in ein Grab, Das war in einen Felsen gehauen, Und wälzte einen Stein Vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala Und Maria, die Mutter des Joses, Sahen, wo er hingelegt wurde. Und der wunderte.